So, 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 YouTube! Hallo, hallo und willkommen zu Foundry! Ich habe ein bisschen was ohne euch gemacht, und zwar das ganze Ding hier von der Höhe aus eingeplättet und eingeebenet von Hand, damit wir hier unsere Forschungsbasis aufbauen können. Wir haben ganz viele Sachen im Inventar. Man sieht auch die Karte, das hier haben wir alles weggehobelt quasi, damit wir hier anbauen können und in die Richtung erweitern wir uns dann. Und vorbereitet habe ich einiges an Förderbändern, einiges an Platten und wir haben sogar noch Krams dabei, die wir wieder ablegen können. Also von daher sollten wir auf einer guten Seite eingestellt sein. Und ich würde einfach mal anfangen, hier vorne an der Ecke mit den Dingern anzufangen. Und lustigerweise ist das heute die ganze Zeit verdreht. Ich weiß nicht warum. Und ich weiß nicht, wie viel Platz wir brauchen für den Forschungsding, aber ich ziehe einfach mal eine komplett große Fläche. Dann sind wir damit, glaube ich, gut aufgestellt. Ich weiß nicht, ob wir das noch brauchen. Aber wir wollen uns ja lieber Platz lassen. Von daher machen wir das mal. Das sieht ja erstmal gut aus. An sich müssen wir gar nicht so viel hinbauen. Außer, dass wir hier hinten... Ja, das ist die Frage. Wie machen wir das genau? Also auf jeden Fall bauen wir hier erstmal zu. Wir brauchen irgendwie eine Möglichkeit hochzulaufen, fällt mir gerade mal auf. Das könnte ein Problem geben. Aber wir haben ja ein paar Leitern. Dann würde ich einfach sagen, bauen wir... Leitern. Weil ich wollte ja verschiedene Ebenen für verschiedene Level an Forschungsstufe machen. Und ich weiß nicht, was da gute Stufen sind. Und ich würde jetzt einfach mal so viel Abstand lassen. Kriegen wir alles drunter, oder? An großen Maschinen, die wir brauchen. Was sind die größten Maschinen? Sowas hier. Sowas brauchen wir noch. Den da. Das passt alles drunter. Da hätten wir genug Platz. Ja. Das heißt, ein, zwei, drei, vier, fünf. Ein paar Leitern brauchen wir. Oh. Ich habe nicht genug Platten. Wow. Da muss ich unbedingt ein Geländer bauen. Wir brauchen eh... Wartet mal. Das können wir mal erforschen. Ich weiß nicht, ob das noch reicht mit den Sachen, die wir hinten haben. Dekor, Licht, Geländer. Müssten wir erforschen. Aber eigentlich für Laufstege. Aber für Laufstege muss ich erst die Geländer erforschen. Okay. Das passt auf jeden Fall. Und dann können wir das nämlich ein bisschen... Wow. Da war kein Boden. Ah, das ist das Blöde. In so Spielen, wo man Sachen mit Positionierung positionieren muss. Vom Charakter. Dass man da immer hin und her laufen muss. Und dann manchmal... Äh. Einfach fällt. Und dann kommt man nicht genau an die Stelle ran. Und... Ah. Was ist immer nervig. Okay. Fünf haben wir gesagt, nicht? Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Länder wurde freigeschaltet. Das ging ja super schnell. Laufstege. Zack. Die dazu. Und wie habe ich den Standard, wie er es baut, versaut. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nachher können wir die Seiten hier wegnehmen. Weil jeder kriegt seinen eigenen Stromtransformator. Ähm. Oh. Das sieht ja auch nach nix aus. Was habe ich denn hier gemacht? Ähm. So. Besser. Hier passt's. Okay. Also. Hier kommen Förderbänder an. Level 1. Was müssen wir für Level 1 Forschung herstellen? Für Level 1 Forschung müssen wir herstellen. Maschinenteile, die haben wir. Und Stäbe. Haben wir. Das heißt, die können wir schon herstellen. Wie viel machen wir von jedem? Vier oder fünf? Und wie viel Abstand von der Leiter oder von der Ecke? Eins, zwei, drei, vier. Machen wir fünf. Wir haben den Platz. Dann lassen wir uns den Platz lieber auch. Vielleicht ist fünf sogar zu wenig für oben. Falls die drei oder vier Sachen brauchen. Das soll ja ein bisschen einheitlich wirken. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Oh ne, hier. Ich hab den falsch versetzt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ja. Und dann kommst du da hin. Dann lassen wir mal drei zwischen denen. Das hat sich bewährt. Und dann passt das doch ganz gut. Haben wir hier. Und dann können wir nach da. Können wir auch noch ein bisschen breiter werden. Und dann haben wir genug Abstände. So, die kriegen zwei Sachen rein. Die kriegen also Technumstäbe und Maschinenteile rein. Technumstäbe ist eine gute Sache. Die krieg ich nämlich hier gar nicht bisher. Die würden wir, hatten wir gesagt, hier drunter, unten drüber liefern. Und jetzt sehe ich, die stehen jetzt hier. Nee, ist eigentlich richtig. Wenn ich die hier instelle. Also in die Blickrichtung drehe. Wäre das besser. Ist eigentlich egal, oder? Aktuell würde ich sagen, passt mir das. Okay, der Input kommt von unten. Sagen wir mal, Inputs kommen erstmal hier an, oder so. Weiß gar nicht, warum ich... Ich mach die jetzt erstmal als Platzhalter dahin. Ich brauch die ja eigentlich gar nicht erstmal. Zwei da, drei da, drei da. Das ist gut. Und dann immer zum ersten hin. Zank. Ich brauch... Also ich brauch den nicht, aber er tut auch nicht weh. Deswegen lass ich ihn mal da. Ähm, dann seh ich ihn vom Weiten besser. So, jetzt ist nur die Frage. Habe ich mir genug Platz gelassen, um hier hochzukommen? Das werden wir in wenigen Sekunden erfahren. Ja. Und dann gehen wir da nämlich einem weiter nach hinten. Und das sollte auch noch klappen jeweils. Hoffe ich zumindest. Äh. Dann haben wir das... Oh. Das einzige Problem, dass wir keine Technumstäbe haben. Also wir haben schon welche, aber nicht an der Stelle hier hinten, wo ich sie dann brauche. Das heißt, die müssten wir noch, ähm, ja, bauen und erweitern. Und die sagen, könnten hier noch gebungen werden. Der steht auch noch falsch. Wir hatten das geplant. Wie rum? Nee, so rum. So. Und... Ran. Sehr gut. Das heißt, Level 1 würde hier wunderbar produzieren. Und müsste noch Strom kriegen. Stromdinger haben wir. Würde ich auch hier neben die Leiter stellen. Nicht? Dann könnte ich das gut angucken. Und der Strom kommt von da drüben dann da ran. Den würde ich also auf der Höhe hier hinziehen. Dann können wir die Tafel hier so hinstellen. Dann können wir hier mal gucken. In jeder Höhe. Was hat es mit dem Strom auf sich? Es ist nur die Frage, auf welcher... Höhe. Ich glaube, der da... ...der einen zu weiter nehmen. Wir laufen mal. Also das wäre die optimale... Höhe. Die werden wir aber nicht halten können. Okay. Das heißt, von dem zwar abgehen... ...aber auf der Höhe. Oh, ich hoffe... ...ich verrutsche jetzt hier nicht ein. Weil das ist wichtig. Hässlich. Okay. Mit dem Baumodus. Wenn ich jetzt einfach rutscht bin... ...dann wird es innen hässlich. Aber das ist auch blöd. Dass die immer... ...so... ...zu spät anzeigen, dass sie rot wären. Ich hätte zum Beispiel gerne, dass es... ...bevor es rot wird, gelb wird oder so. Dann wüsste man... ...ah, der nächste passt zum Beispiel nicht. Dann könnte man nämlich stehen bleiben. Andererseits könnte es auch einfach automatisch funktionieren. Nicht? Dann müsste ich mich da gar nicht... ...in irgendeiner Weise drum... ...kümmern. Wäre auch eine coole Sache. Oh. Hier komme ich nicht hoch. Oh. Oh. Da sind wir schon da. Und hier... ...ich weiß nicht. Mit Rechtsklick. Normalerweise kann man immer ganz cool die Sachen wechseln. Aber wir haben hier die Wanddinger. Und da ist immer ganz schwierig... ...ähm... ...die muss man ersetzen. Da muss man das Band auswählen. Also ich... ...weiß nicht, ob das so richtig ist. Da würde ich auch gerne von denen zum Beispiel automatisch auf die Wand wechseln können. So. Das heißt, ihr... ...die Förderbänder laufen. Ihr kommt Strom an. Und hier haben wir noch das Dings vergessen. Zacki. Bumsi. Zacki. 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 Alles klar. So. Level... ...Laufstege. Ne. Wir wollen keine Laufstege. Aber Laufstege können wir für uns machen. Aber Level 1. So. Level 1. Level 1. Level 1. Und noch mal im Endeffekt der Reh, obwohl er gar nicht weg war, weil er mich wieder mal trollen möchte. Permabahn. So. Und ich weiß, viele werden gesagt haben, nein, du brauchst keine Merger, du kannst es doch einfach so hier machen. Ich mag aber meine Merger. Und deswegen benutze ich sie. Komme, was da wolle. Und wir fügen die beiden zusammen. Und wir fügen die beiden zusammen. Weil perspektivisch ich gar nicht mehrere noch bauen werde. So sollte das eigentlich reichen und passen und hoffentlich alles sein. Dann können wir hier den Eingang bauen. Und das ist nicht symmetrisch. Kacke. Warum ist das nicht symmetrisch? Drei, vier, fünf. Weil die fünf sind. Und der vier. Dann baue ich es bei dem hier davor. Falls wir die andere Seite anbinden wollen, dann sieht es wegen sich nicht ganz unförmig aus. Max steht da automatisch? Ne. Okay, also grundsätzlich haben wir alles da. Jetzt bauen wir nur die Techno-Umstäbe. Die sind ein Problem. Aber wir können das andere schon mal holen. Das sollte eigentlich möglich sein. Und das wäre fast, glaube ich, sinnvoller gewesen, das andersrum zu bauen, oder? Hier sind die erweiterten Maschinenteile, glaube ich. Hier waren die normalen Maschinenteile. Oder? Nee, hier sind Maschinenteile. Hier sind Maschinenteile. Hier sind die erweiterten Maschinenteile. Und hier sind Rohre. Stimmt. Da waren Rohre. Okay. Vielleicht machen wir uns Label ran. Wegpunkt erstellen. Und nennen das hier erweiterte Maschinenteile. Maschinenteile. Stahl. Oh. Fette Finger. Stahl. Ich glaube, Rohre war ein Dunkelblau nicht. Rohre. Hier haben wir auch so Platten. Und das kommt hier raus. Das wird grau. Das wird Beton. Beton. Da kann man sich wunderbar betten. Okay. Dann bauen wir hier grün und nennen das Forschung. Wunderbar. Dann haben wir nämlich auch ein paar mehr Wegpunkte. Dann nennen wir das hier Wegpunkt Alt. Von den Rosa. So. Das Ding kann hier eigentlich weg. Das ist die Basis. Aber die interessiert mich eigentlich 0,0 inzwischen. Okay. Das ist doch schön. Guck mal. Jetzt hat man eine wunderbare Übersicht. Wo die Sachen in welche Richtung sind. Und wir müssen jetzt von den Maschinenteilen hier rankommen. Weiß nicht, ob da 1012 reichen werden. Aber unterwegs können wir da beim Beton, bei den Platten ist das, glaube ich, in den Kisten ein paar Sachen ablegen. Dann können wir uns Platten holen. Stäbe haben wir noch. Und schon noch ein paar von den Förderbändern machen. Weil ich glaube, das sollten... Guck mal. Das hier waren 1400 in etwa. 1, 2, 3. 1, 2... Ja, okay. 1500 brauchen wir in etwa. Also... Die da nochmal weg. Ich habe hier ein paar Sachen zwischengelagert. Oh, das sind andere Samen. Oh. Dann packen wir die mal zusammen. Hier ist nochmal Sand. Aber Sand ist schon voll. Stein. Stein können wir nochmal kombinieren. Oh. Ich nehme lieber den Fahrstuhl mit. Als irgendein Kram ist nicht warm. So, dreimal Platten. Dann können wir hier nochmal... Wir haben ja noch Level 1 Dinger dabei. Bisschen prassen. Und nochmal 100 herstellen schon mal. Wir gehen mal von dem hier. Stechen natürlich auf Output. Und wir sind hier auf der Höhe 136. Und das sollte nämlich genau passen. Jetzt haben wir nur ein Problem. Ha. Hier war so ein kleiner Hügel im Weg. Aber der ist nicht das Problem. Den kriegen wir glaube ich schnell weg. Der war nämlich kurz nur. Sehr schön. Ein paar Bäume unterwegs. Vielleicht noch wegflexen. Die nicht so hübsch aussehen am Rand. Oder auch im Weg sind. Das meiste sollte ja über Wasser laufen. Ich glaube, gehen doch nicht so viele weg wie gedacht. Gut, ich musste dann nach vorne noch weiter. Und links, rechts und so. Und hoch, runter. Vielleicht war es deshalb so viel. Weil das hier sind immer glaube ich so 50. Ne, 100. Na doch. Okay, es sieht dichter aus als es ist, nicht? Aber wir kommen gar nicht so doll nah. Obwohl wir 100 haben. Und Wasser bauen ist halt echt Pain. Jetzt haben wir. Wunderbar. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir von dem Ding los. 798. Ich habe mehr als ich übrig, als ich gedacht hätte. Wird spannend. Wo treffen die sich? Auf diesen Ding. Also müssen wir bis... Ich glaube, einen noch. Ich sehe es halt nicht. Ich mache mal so. Jawohl. Ein Jetpack wäre halt wirklich schon hilfreich. Oh shit. Den letzten... Hier kann ich stehen. Das ist gut. Wunderbar. Und dann kriegen wir schon die erste Ressource hier hinten ran. 731. Das heißt, die Hälfte haben wir fast verballert von den Dingern. Jetzt fehlen die Stäbe. Und für die Stäbe habe ich leider keine Herstellung. Nicht wahr? Das heißt, die müssen wir erst hochziehen. Bedeutet also, ab zu Level 2. Und ich würde mal mir hier so einen Trick bauen. Nämlich einfach sage... Äh... Das Ding... Ist der Markierungspunkt... Äh... Und... Wird das so ein bisschen gleichsteht. Achso, hier ist noch gar keine... Gar keine Decke drüber. Ähm... Auch nicht schlecht. Ich weiß gar nicht, ob wir das brauchen. Ähm... Weil ich ja... Dann an die... Die Forschungsserver muss von hier aus. Das heißt, wir müssen uns irgendwo hoch arbeiten oder runter. Ich würde die so auf dem... Level 2,5 machen oder 3. Ich weiß gar nicht. Wie viele Forschungsstufen gibt es? Ja. 5. Also bei 2,5 kommen die Forschungsserver in der Höhe. Das heißt, die von unten müssen ein bisschen hoch. Die von oben müssen ein bisschen runter. Die hier nicht ganz so doll hoch. Die nicht ganz so doll runter. 1, 2... 1, 2, 3, 4, 5. Wollen wir mal, da kommen die auf Level 3. Ja, Level 3 muss gar nicht hoch und runter. Das heißt, das Level da drüber muss ein bisschen hoch. Das muss mehr am meisten hoch. Aber es passt schon. Ihr wisst, was ich meine. Und wenn ihr es nicht wisst, dann guckt einfach zu. 80 Folgen oder so. Und dann werdet ihr das erfahren. Na, mal gucken, wie lange wir brauchen werden. Hoffentlich nicht so lange. Das passt. Wir können ja erst mal. Na. Okay. Perfekt. Und so dicht an den Rand müssen wir hier auch nicht. Das soll halt eher wie eine Fabrik aussehen. Ups. Das war zu weit. Ja, dann würde ich sagen, das hier kann an der Stelle erst mal weg. Dann machen wir ein separates Gebäude für. Das hier ist die Produktion für die Forschung. Und dahinter kommt die Forschung. Und dann kann der hier schon mal. Warte mal, wir haben 5 Forschungsstufen. 1, 2, 3, 4. Ich weiß gar nicht. 4, 5. Wir gehen nur mit 2 nach oben. Und dann tauschen wir das oben auf. Das ist, glaube ich, einfacher. Wenn ich jetzt hier 7 mal hochgehe für jeden Server einzeln. Ich glaube, so viel verbrauchen die gar nicht in der Forschung. Okay. In der nächsten Stufe. Ein Abstand. Kommt auch Strom hin. Aktuell bräuchten sie das theoretisch nicht. Ähm. Aber die werden ja nachher entkoppelt. Einfach damit die nicht. Zusammenhängen. Weil sonst verbrauchen die. So viel Strom, dass sie sich gegenseitig kaputt machen. Wobei das hier eigentlich niedrige Mengen sind. Und nicht relevant. Aber. Machen wir es einfach. Dann haben wir später keine Sorgen. Wenn wir doch mal was umstellen müssen. Noch ein paar Leitern. Hier brauchen wir auf jeden Fall noch. Bisschen was. Bisschen. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Da wäre also die nächste Stufe. Warte. Nicht, dass er da gerade verrutscht ist. So. Bis da können wir schon mal Leitern ziehen. Und das wäre dann Level 3. Und auf der Höhe würden hier hinten dennoch die Forschungs-Server. Ähm. Platz finden. Also Y nicht zum Wechseln des Modus. Ja. Okay. Platten wären dann alle. Da müssen wir uns dann neue besorgen. Und die Dinger kommen überall schon an. Sehr gut. Und dann mache ich das hier auch. Auf der Höhe. Bei dem ist es schwieriger. Auf der Höhe hochgucken. Ist dann der hier, ne? Nee. Doch. Sieht so aus, als ob der um einen verschoben ist. Ist er aber nicht. Perspektive nicht wahr. Damit ich das oben nur an der gleichen Stelle hinsetze. Du, 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 du. Okay. Hier kommt unser erster hin. Immer 3 Abstand haben wir gesagt. Flomp. So. Was brauchen wir denn für Level 2 Dinger? Für Level 2 Pakete müssen wir herstellen. Förderbänder und Baublöcke. Das wird nämlich jetzt interessanter. Ah. Deswegen muss die Fabrik größer werden, nicht? Weil die stellen ja erstmal zwei Komponenten her. Ansonsten müssten wir irgendwo Baublöcke und Förderbänder herstellen. Aber was wollte ich eigentlich hier machen? Okay. Müsste ich Platten hierher liefern? Und was brauche ich für Förderbänder? Maschinenteile und Platten. Das heißt, Platten müssen wir eh herliefern. Maschinenteile hätten wir. Wir könnten also hier abgehen und Maschinenteile hochliefern. Wenn ich jetzt aber hier eine Reihe 4 oder machen wir 3, die das eine herstellen? Ich glaube, wir können die Ebenen nicht alle gleich aufbauen. Das war eigentlich meine Idee. Das macht gar keinen Sinn, wenn die verschiedene Anforderungen haben. Das heißt, wir machen hier 3 für das eine. Machen wir hier 5 und 3 für das andere hin. Und dahinter müssen dann Fertiger und Lager Das wollte ich drücken. Für das kommen. Aber die sind wieder ungerade, nicht? Okay. Machen wir das so. Und auf der Höhe so. Ich glaube, ich habe es geschafft. Im ersten Versuch. Jawollo. Hier werden einzeln angebunden. Das ist einfacher. Ja. 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 Red Flag, auch ein guter Song. Okay. Output. 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 Nee. Run. 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 Und Run. Und Ausgang. 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 So. Hätten wir hier 2 Lager und hier hinten müssten dann die anderen Fertiger hin. Ähm. Da haben wir 3. Das ist die Frage. Also. Also. Die brauchen wie viel? 6 Förderbänder und 12 Baublöcke alle 30 Sekunden. Okay. Bleiben wir erstmal bei den Förderbändern. 6 Förderbänder in 30 Sekunden. Wir können herstellen 2 Förderbänder in 3 Sekunden. Das heißt in 30 Sekunden 20 Förderbänder. Das heißt in 60 Sekunden 60 Förderbänder. Nee. Das ist falsch. Mal 10 mal 20 80 Förderbänder. 80 Förderbänder 80 Förderbänder in der Minute. Achso. Oder 40 40 in 30 Sekunden. Das heißt ich könnte 6 Dinger bauen und das würde noch passen. Okay. Platten äh Platten und Stäbe da kriege ich 10 in 5 Sekunden. Das heißt in 30 Sekunden kriege ich 6 mal so viel also 60 in 30 Sekunden. Äh 60 60 in 30 Sekunden wären nur 3 4 5 Ja wären 5 dann könnte ich 5 Dinger bauen. 5 habe ich im Inventar. Würde also genau passen. Ja machen wir mal so 3 und wo ist denn hier die Mitte zwischen denen? Hier wahrscheinlich. Wir müssen hoch und runter gehen. Das wird ein bisschen spannend. Aber das dürfte reichen, oder? sieht auch eigentlich ganz gut aus. Aber für die beiden müssen wir es aufspalten. Gehen wir erstmal von denen aus. Die laufen unten lang. Also der Äußere geht zu den beiden. Das heißt der Äußere wird aufspalten. so aufgespalten. Dann laufen die auf der Ebene und werden für die beiden aufgespalten. So vielleicht. Wie hatte ich es da an dem linken? Ne dann machen wir es lieber so und der letzte kriegt seinen einzeln. der hat Glück. So dann kriegt er die erstmal nach unten angebunden. Ups falschrum. Zank Zank So jetzt hätten wir aber ein Problem glaube ich wenn ich hier den nach oben bauen würde wird das nicht reichen aber ich sehe eine Lösung in diesem Konzept wie wir das besser machen können. könnten hier den Level 2 Lader bauen mal und das vielleicht so machen. Das ist doch ein Weg würde ich sagen. Der bräuchte gar nicht den Zweier nicht. Das heißt immer nur der der zweite braucht den Zweier alles klar. Warte mal was ist denn hier kaputt? Ja der muss einfach nach links. Wahrscheinlich gibt es eine Million Layouts wie man das sonst noch bauen könnte. Aber das ist mein Layout und solange es funktioniert ist es gut genug für mich. Oha. Okay. Das geht sehr eng daran vorbei. Das ist nicht gut. gut. Und dann wäre das sehr eng. was gefällt mir noch nicht so richtig. Und die werden auf Ausgang gestellt und die auch. So der hier müsste nach ganz hinten. Und das gefällt mir nämlich nicht so. Wenn man Pech hat rutschen die nämlich dadurch auf das Förderband dann. Deswegen mag ich die zwei eigentlich nicht. Okay. Irgendwie haben zu wenig Platz an der Stelle. Wenn ich das so mache. Also nochmal weg. Die müssen bisschen weiter noch nach hinten. Sonst haben wir einfach verloren. Vielleicht lassen wir doch die drei Abstand. Dann haben wir mehr Ruhe um die Dinger zu platzieren. Ups. Weil ich will lieber oben rum mit mit dem zweiten gehen als irgendwie so eine verwurschtelte Taktik haben. Wo ich am Ende nicht weiter komme. Und wir haben noch sechs von den Dingern nur. Gehen echt immer schnell weg. Der Platzierungsmodus ist wieder falsch rum. so zwei da dann drei hier. Okay wir fangen wieder mit der Seite an. Und dann sagen wir der ist hier für beide. Machen weg. Output Output Dann kommen die anderen außen dann du kommst hier wieder innen hin und der andere wird einzeln bedient. Wo es vielleicht besser wäre wenn wir das eher so rum schieben und der geht direkt ran. Ich glaube der hat am wenigsten Probleme am Ende. habe ich nicht gesagt fünf ja fünf also ja okay ich teile ja vergesse es und ran okay jetzt ist die frage macht das sinn dass wir hier vielleicht auf die Ebene hoch gehen ja oder jetzt haben wir haben wir auf jeden Fall eine bessere Ausgang Situation weil wir mehr Platz haben um hoch zu gehen hier auch wieder einfach den machen wir ganz unkompliziert bei dem müssen wir hoch und wir haben da einige frei dann irgendwie nochmal ne 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 der kommt dahin da geht geradeaus weiter stimmt ich könnte es auch mit einem machen nicht wahr müsste ich nicht zwei förderbänder hin liefern lassen machen wir es machen wir es mal so ich weiß immer nicht was besser ist und am ende gefallen mir irgendwie beide nicht ok das passt erstmal hier geht es wieder runter 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 ja so erstmal einmal bauen nicht dann kann man es immer noch mal optimieren weil hier hätten wir ein Problem sehe ich wir können natürlich seitlich raus gehen ist halt nur wirklich gar nicht hübsch dann ich sehe gar nichts mein würde an sich erstmal gehen und die kommen auch auf Output das heißt hier fehlt jetzt nur noch der Intake schwierig genug ich glaube mit dem mit der Einfördertechnik Einbandtechnik gefällt mir das besser als wie wir es jetzt da haben die reichen genau aus alles klar also hat man einfach sehr viel Laufband aber dafür hat man mehr Kapazität an den Geräten hm ok wir brauchen Plattform Plattform Platten ach ne aber wartet mal Plattform die können wir da hinten holen ich würde sagen ich besorge uns alle Materialien und restliche Sachen die wir irgendwie brauchen und dann bauen wir in der nächsten Folge die Technum Erz Sachen hier auf damit wir die Stäbe hier hin liefern können und Stäbe und Platten hier läuft eh nichts das heißt wir nutzen die Platten hier rüber wir machen die Technum Stäbe hier rüber und dann haben wir die meisten Materialien schon da da muss eigentlich nur noch die Rohre rüber und der Beton aber der Beton und die Technum Stäbe die können hier parallel aneinander dann vorbeilaufen um da anzukommen aber das in der nächsten Folge go